gefreut, ne? Und jetzt schon wieder, sagst du, egal, ne? Was machst du denn hier? So. Okay. Ich werde nämlich... Mal überlegen. Erstmal suche ich einen Kameraden für den da. Das ist jetzt erst mein Vorhaben. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Alter, später. Dafür packe ich jetzt erstmal alles rein, was ich nicht brauche. So, sortieren machen wir später. Ich habe das über einen schönen Mod gehört, aber die Mods wollte ich erst benutzen, wenn ich... Ähm... Ja, sozusagen... Anfange... Ähm... Minecraft zu spielen, halt ohne Hardcore. Kling. Yeah. It's cool, man. Okay, ähm... Also... Muss ich mal überlegen, wie ich das mache. So, da haben wir auch noch ein bisschen Leder. Mal gucken, reicht das für... Äh, für Hosen müsste es reichen, ne? Nein! Nein! Ah, da fehlt da noch die beiden, genau. Block. Packe ich mal hier mit rein. Hier haben wir Kabel ohne Ende. Kabel, Kabel. Dann packen wir den Kabel da mal drüben hin. Wenn wir schon mal dabei sind. Kabel, Kabel. Jetzt haben wir keinen Platz mehr für Kabel. Können wir den Redstone, die Kohle, das nehmen wir mal mit. Hier, die nehmen wir mal mit und machen mal so rum. Nehmen wir die mal mit. Obwohl, Hälfte reicht eigentlich. Finden wir bestimmt noch was. Die nehmen wir mal mit. Ähm... Die legen wir uns mal dort hin. Die nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie. Oben haben wir noch Getreide ohne Ende. Das brauchen wir definitiv nicht. Zucker. Bücher. Verrottetes Fleisch. Ähm... Schere. Ich bin am überlegen. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. Den Sand kann ich immer reinpacken. Die Eier brauche ich gerade nicht in meiner Hand. Äh... Das Eisen nehme ich mal mit. Daraus mache ich mir mal eben... Mehl. Flops. Komm, die lassen wir mal leben. Na toll. Okay. Und jetzt wollen wir mal gucken. Habe ich jetzt... No. Das Wichtigste habe ich jetzt vergessen. Ähm... Jo. Wenn wir schon mal hier sind. Ah, ist das schön. Fehlt mir eigentlich nur noch so ein großer Sonnenhut. Und so ein Rucksack, wo ich so Sachen reintun kann. Und dann... Habe ich eigentlich voll der Farmer hier. Schwerke an meinen Farmer-Jung. Ich kann ja vielleicht für die Farmer-Industrie arbeiten. Ha, köstlicher. Jetzt habe ich das eigentlich schon, was ich holen wollte. Na egal. Dass es da oben leckt, nervt mich. Okay. Hm... Da drüben werde ich demnächst auch noch hin. Das wird jetzt langsam alles. Ich mache jetzt... Ich mache jetzt so eine Rusher-Periode. Und hier unten haben wir ein graues Schaf. Ich bin am Überlegen. Aber das können wir uns alles einfärben dann später. Da wollt ihr nämlich von jeder Farbe ein Schaf machen. Oder von... Ja, jedes Schaf zu einer Farbe machen. Oder wie auch immer. Damit wir dann halt... Weil die Farben... Das habe ich extra mal ausprobiert. Die Farben wachsen nämlich so nach, wie man die Schafe eingefärbt hat. Das heißt, ich habe ein rotes Schaf zum Beispiel. Und, ähm... Schore... Schere? Ich benutze meine Schere auf diesem roten Schaf. Heißt Schore, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber auf jeden Fall mache ich das mit dem Schaf. Und, was passiert ist, wächst nach einiger Zeit rotes Fell wieder nach. So, dass dann eigentlich nur von jeder Farbe eine Sorte bräuchte. Was ich auch ziemlich cool fände, wäre, wenn ich jetzt hier... Ähm... Was brauche ich denn? Schiefe mich nicht runter. Okay. Äh... Ähm... Ach, lila Pilze. Genau. Das sollte ich haben. Lila Pilze und ein Schwein. Zum Mitnehmen, bitte. Ihr friert langsam vor mir die See ein. Der See? Die, die, das, der, dort, jenes See, auf jeden Fall. Dort hinten haben wir Kühe. Holen wir uns das Leder? Komm, wir holen uns das Leder kurz mal. Und, ähm... Wachst zu und biete mir eine Möglichkeit des Laufens, See. Schneller. Dann schwimme ich halt. Boah, ist das kalt. Oh, ist das kalt. Oh, bloß raus hier. Die haben Kühe, erfrieren doch. Nein. Fleisch. Fleisch. Schön kaltes Fleisch. Ähm... Luft. Okay, es ist eine gefährliche Aktion, unter Wasser tauchen zu gehen. Also unter Eis. Wie auch sei. Laufen da hinten Zombies? Jo. Gib mir deine Experian Points. Da hinten aber noch mehr. Ähm... Äh, doof. Ähm... Ich hab irgendwie alles, außer die Schweine, die ich gerne hätte. Nee, ich brauche ein Schwein. Nur ein einziges. Hier vorne war noch letztens wer. Der Vorteil ist jetzt halt einfach, dass die See hier gefroren ist. Und ich jetzt einfach rüberlaufen kann. Da oben ist ein Schwein. Ich werd nicht mehr... Wehe, es begeht Selbstmord. Wehe. Ich bring dich um Schwein, wenn du Selbstmord begehst. Schink. So. Ähm... Willkommen im Land der fliegenden Inseln und es wird Nacht, verdammte. Was soll das denn? Oh nein, auf Eis können da jetzt so Monster spawnen. Ja, na, 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 na. Ganz doof, ganz doof. Wie kriegt das Schwein da runter und kommt nach Hause, ohne zu sterben? Schwein! Komm mal. Komm mal, Schwein! Schwein, komm. Ja, ja, ja. Schwein! Komm, komm. Jetzt bloß ab nach Hause. Und wehe, der Schwein stirbt dabei. Oh, da hinten sind schon die ersten Monster. Ich werd nicht mehr. Äh, ich muss nach Hause. Eindeutig. Okay, wir gehen hier lang. Ich glaub, das ist die beste Idee. Schwein, komm. Lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller. Wehe, du fällst ins Wasser. Ja, komm, 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 komm. Oh Gott, das ist soweit. Ich muss mal was ausprobieren. Kann ich hier eigentlich? Nein, kann ich nicht. Schwein. Ähm, ich hab jetzt, um ehrlich zu sein, ein wenig Angst. Ich will nicht sterben. Ähm. Dammit. Aber ich seh da hinten noch keine Monster. Oder? Schweinchen, komm her. So eine Schweinerei, aber auch kacke. Ich geh mal hier den Umweg. In der Hoffnung, dass dort noch nichts ist. Und lauf schön in die Arme von einem Creeper. Das wär's jetzt. Schwein. Komm mal mit. Schwein, Schwein. Jetzt lass mich nicht im Stich. Alles wird gut, Schwein. Alles wird gut. Ich muss mir nur lang genug einreden. Dann glaub ich irgendwann dran. Okay, sieht gut aus. Komm her. Schwein, Schwein, Schwein. Oh, in Sicherheit. Okay. Tür 1 zu. Na komm, Schwein. Ein Stückchen noch. Ah, wir haben Schweine. Ist das schön. Da hat wohl jemand Schwein gehabt. Erstmal was futtern auf den Schock. Schwein. Okay. Eigentlich ist jetzt alles langsam komplett eingefroren. Das braucht uns ja jetzt nicht weiter zu interessieren, weil wir können jetzt hier ja hochlaufen. Ja. Oh, ist das schön. Ändlich können wir hier eine große Schweinsfamilie gründen. Und jetzt erstmal schlafen gehen. So. Alter Schwede, das war schon eine ziemlich harte Nacht. Ähm, was wollte ich da hinten eigentlich? Ähm, brennt ihr Ungeheuer? Das Schwein habe ich gefunden. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch Wohnpilze. Muss ich mal suchen, wo ich die herkriege. Ich habe so das Gefühl, unter mir ist ein Zombie. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe schon wieder so endlos viele Samen. Dann verteile ich sie mal auf dem Feld. Ich wollte gerade sagen... Ey, da ist ja wirklich ein Creeper. Ey, Creeper, du alte Socke. Komm mal her. Ich brauche eindeutig einen Pfeil und einen Bogen. Na? Wehe, du explodierst. Ähm, Creeper? Creeper? Wo ist denn die Sau jetzt? Ist das die Creeper? Hallo, Creeper. Da ist er ja total gestunt. Ähm, wie komme ich da jetzt am besten hin? Ähm, ja. Dann halt nicht, wer nicht will, der hat schon. Und nur aufpassen, das ist nicht so mal, wenn ich so lang gehe. Nicht, dass ich eine Bombenüberraschung erfahre. Oh, das ist ja schön. Ein Grund zum Zuhören im Hintergrund. Oh, hier hatte ich doch noch ein bisschen davon. Genau, dann machen wir uns jetzt erst mal... Kopf, Beine. Dann machen wir uns erst mal eine lustige Hose da draus. Schön, ein paar Hosen. Blink. Ja, alles wird gut. Alter. Warte ruhig. So, ihr schadet hier unten doch ein Zombie gehört. Wo bist du, du Zombie-Man? Jo, 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 jo. Da bist du, ja. Ich stirb. Noch einer. Oh, schade. Oh, bringen wir hier einfach mal kurz eine Fackel an, dann dürfte das Problem auch behoben sein. Ich denke da immer, dass da ist irgendwas, aber das ist nur von der Fackel irgendwie. Fackel hat so eine Animation, dass dort das Feuer halt noch ein Stückchen höher geht. Oh, kommen wir jetzt hier inzwischen an den Creeper ran, oder steht er da unten immer noch? Ja, ja, ich krieg dich, ich krieg dich. Könnt ihr natürlich einmal den hier und einmal den hier machen? Ich weiß es nicht. Komm mal her, Creeper, 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 Creeper. Creeper? Hallo? Hey, du Sau, du. Kannst du mal bitte hier rüber? Hier, her? Hallo? Ja, ja, hier. Hier, bitte. Hey. Hey, man. Ich wollte hier nur deine Experian-Points. Hier, da kommt jetzt gleich noch was um die Ecke geschlichen. Okay, dann hätten wir das jetzt auch schon mal geklärt, hier. Klärchen, klärchen. Das hier ist auch so eine Never-Ending-Story. Nö, ich warte einfach nicht, bis hier alles fertig ist. Das kann ja jeder. Ich mache das hier immer Stück für Stück. Haben wir immer was zu tun. Ich muss hier nicht doof rumsitzen und mir jedes Mal ein neues Thema ausdenken. Das, da bin ich einfach auch, das ist keine, da hatte ich keine Lust drauf. Ähm, so. Gammelfleisch kann ich hier lassen. Warum habe ich da eigentlich zwei Stapel von? Dann kann ich das hier gleich auch mal aufs Feuer legen. Block. So, Gras, also Miet, also kein Gras, also. What the fuck? Ähm, ich bin am überlegen, in welche Richtung ich als erstes gehe. Gehe ich da hinten hin, mache da hinten erst mal das, was ich machen wollte. Dafür brauche ich nämlich eine Menge Schienen. Zumindest für das, was ich dann vorhatte. Da brauche ich aber... Hm, naja, ich kann ja erst mal einen Weg hinbauen. Was für Erde habe ich denn dabei? Nehmen wir mal Erde mit, alles was wir haben, auch wenn ich meine, dass das nicht reichen wird.